Ist es gut? Schade, die Linie zu schliessen. Das ist ein super Stichtraining gegen ihn. Ja, das war eine gute Idee. Nice. Gehts? Ist sie teiler gewesen? Solar-Plexus? Ja. Ja. Ja, aber du schläfst einfach gerne. Machst du so Mittelhöhe oder Teufel einheben. Ja, so Bande reinlaufen halt. Ja, genau. Wir erwarten es nicht so, weil normalerweise kämpfen wir über die oberen Treffenzonen. Ja, genau. Aber es ist legitim, ich finde es legitim. Schöner Jonas, schöner. Nice. Ja, nice. Der macht es super schön. Nice. Schöner Jonas. Nice. Oh. 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 Top. Oh, sehr schön. Seid ja sehr viel Stichl. Mal her. Ich habe gemerkt, er macht drei Hände ganz toll. Er ist extrem präzise mit einer Hand. Oh. Geil Jonas. Schade, wenn er nachschlägt. Aber das war, glaube ich, ein bisschen zu spät. Ich habe es auch noch gesehen. Oh, oder wie? Oh, sehr schön. Oh, sehr schön. Oh, schau wieder! Sorry. Aber das ist ein verdammter Kendo-Heb. Das ist verdammter Dämpfer. Das ist verdammter Dämpfer, das du machst. Ich bin nachher. Ich gehe nach der Seite. Wir werden ja hier durch. Okay. Und dann. Das ist... Ja. Ich gehe schon ein bisschen den Kopftreffer. Aber wenn du es kannst, wenn du es durchziehen kannst, ist es geil. Aha, ja, ja. Es sind einfach ein bisschen andere... Oh, schön. Es sind andere Quellen. Ja. Und sie gehen halt sehr vom Blossfechten aus. Das heisst, bei ihnen sollen alle Treffepunkte mehr. Also gleich viel. Oder bis es erst der Blut wird fliessen. Und wegen dem gehen sie auch ganz eng. Und man kann auch relativ strukturell schwachen Treffer halt machen. Ja. Und im normalen Domi-Effekt hast du halt... Die Kopfe haben meistens die Köpfe. Weil es weniger ist hineinzukommen. Ja. Und es ist für das B oder so. Genau. Und dann machst du wenigstens einhändiger Satz. Möglichst. Aber das ist vielleicht schon noch innen. Ja. Hier kann es verschieden. Wenn du in die Krachen setzt und in der Ausserdistanz bist. Und nicht in die Krachen setzt und in den Kopf bekommen. Komm Jönu, geh rein! Ja. Geh rein Jönu. Er kann nicht ewig zurück. Jetzt habe ich wieder das Gleiche. Ja. Jetzt bin ich eben. Du hast den Schatten. Du hast ja schon aufzogen. Ja, schon. Jetzt sage ich noch. Ich muss auf die Treppe, wenn wir wieder laufen. Ja, im Prinzip. Das ist etwas für eine Slowmotion. Zusammen mit der Heavy-Metal-Musik. Das ist ein Schiff. Ja. Komm, Jeno. Komm, geh rein. Dann schützen die Jungen, wenn du rein gehst. Komm. Komm. Probier mal defensiv. Probier mal aus dem Nach. Also Jonas. Das hat man jetzt nicht ausgeschnitten. Ich zeige Ihnen. 1 Schöne Hey, schöner Kampf.